Herr Bundeskanzler, Sie sind ja jetzt seit Ende 2022 im Amt. Worauf sind Sie besonders stolz? Gibt es so Momente, an die Sie sich besonders gerne erinnern? Es war tatsächlich eine sehr turbulente Zeit. Wenn ich mich zurückerinnere, dann würde ich es gerne einteilen. Es gab so wirtschaftspolitisch, sicherheitspolitisch große Herausforderungen. Das war eben mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die große Frage der Energieversorgungssicherheit und die Frage, was passiert, wenn kein russisches Gas mehr kommt. Und wir haben erreicht, dass wir die Speicher, Österreich hat sehr große Speicher, auch für seinen Gesamtverbrauch, tatsächlich gefüllt haben. Die Frage war dann auch, was machen wir als Republik selbst? Wir haben eine eigene strategische Reserve angelegt und wir haben es geschafft, dass selbst sollte wirklich russisches Gas total ausfallen in der Lieferung, gemeinsam mit der OMV hier sicherzustellen, dass Leitungskapazitäten und andere Gasversorger dann tatsächlich auch da sind, um eben diesen Verlust auszugleichen. Das heißt, die Speicher sind voll. Wir haben neue Möglichkeiten, Gas zu bekommen. Und das war in der Energieversorgungskrise, weil es am Anfang so unlösbar schien. Und ganz viele Experten gesagt haben, wir kommen in ganz, ganz große Probleme und es wird den totalen Wirtschaftszusammenbruch geben und es wird auch ein Chaos werden in der Zivilbevölkerung. Das konnte alles vermieden werden. Und die gute Nachricht für die Menschen ist, die Speicher sind voll. Das ist wirtschaftspolitisch, energieversorgungstechnisch. Darüber hinaus ist es uns gelungen, die Steuerreformen fortzusetzen. Wir haben also tatsächlich eine Entlastungsoffensive einerseits für die Unternehmer durch die Senkung der Körperschaftssteuer gesetzt, aber vor allem für die Arbeitnehmer in der ökosozialen Steuerreform die Tarifstufen weiter reduziert. Dadurch bleibt mehr Netto vom Brutto, was unser Ziel war. Wir haben die kalte Progression abgeschafft. Das ist ein sehr schleichender oder ein sehr sperriger Begriff. Und es steht aber in Wahrheit auch dafür, dass dieser schleichende Lohnfraß, der jedes Jahr stattfindet durch die sogenannte Progression, durch die kalte, eben beendet worden ist. Das heißt, die Menschen haben jetzt auch jedes Jahr automatisch mehr Geld. Man muss nicht jedes Jahr eine Steuerreform machen, um das sicherzustellen. Das war ein Anspruch, der schon sehr lange gefordert war und der umgesetzt worden ist. Und wir haben auch im sozialen Bereich aus meiner Sicht sehr wichtige Dinge umgesetzt, wie dass wir mehr Kassenärzte jetzt zur Verfügung haben, weil wir ein neues Anreizsystem geschaffen haben. Wir haben die Pflegemilliarde ins Leben gerufen. Und die war deshalb wichtig, weil Pflegekräfte besonders viel leisten, sehr beansprucht sind. Aber gleichzeitig auch haben wir zu wenige. Das heißt, wie können wir mehr Menschen in den Beruf bringen? Heißt auch mit Anerkennungsverfahren, wenn sie aus dem Ausland kommen. All das waren wichtige Schritte im sozialen, wirtschaftlichen Bereich. Und natürlich im Sicherheitspolitischen ist uns gelungen, tatsächlich die Asylbremse anzuziehen. Das heißt, wir haben jetzt das Jahr der geringsten Aufgriffe an den Grenzen. Das ist deshalb gelungen, weil die Polizei intensiv kooperiert mit den Westbalkanstaaten, mit Ungarn, unserem Nachbarn, verschiedenste Initiativen, die gestartet worden sind, jetzt auch tatsächlich eben zeigen, dass sie Wirkung zeigen, indem die Aufgriffe zurückgehen. Das heißt, es gibt eine Vielzahl von Punkten, wo man dann froh darüber ist, dass sie gelungen sind, wenn man Verantwortung dafür trägt. Das Thema Migration ist ja hoch emotional. Diese Woche war das große Ereignis, dass in Hamburg über tausend Islamisten ein Kalifat gefordert haben, dabei Plakate hochgehalten mit Slogans, wie Deutschland ist eine Wertediktatur. Die Innenministerin, die deutsche Nancy Faeser, hat das zwar als verstörend bezeichnet, aber man hat den Eindruck gehabt, dass der Staat da doch etwas überfordert war. Hamburg hat 19 Prozent Migrationsanteil, Wien hat bei gleicher Größe 35 Prozent. Könnte sowas in Wien auch passieren? Und macht es Sinn, diesen Ruf nach einem Kalifat auch strafrechtlich belangen zu können? Zunächst einmal, also der letzte Teil Ihrer Frage, ja, wir können das Kalifat strafrechtlich belangen. Warum? Weil wir einen verheerenden Terroranschlag hatten mit vier Todesopfern und vielen Verletzten und danach die Gesetzgebung deutlich verschärft haben. Das heißt, die Ausrufung eines Kalifatis in Österreich schon jetzt unter Strafe. Das heißt, wir könnten schneller einschreiten als die Bundesrepublik Deutschland und wir können auch tatsächlich da strafrechtlich gegen die anderen Personen vorgehen. Das Wichtige ist, dass man aus meiner Sicht auch genau deshalb die Diskussion der Leitkultur weiterführen muss. Es ist wichtig, hier zu betonen, was macht unsere Gesellschaft in Österreich aus? Wie sind wir geprägt? Woher kommen wir? Wir haben tausende Jahre Geschichte, in der wir uns immer wieder weiterentwickelt haben. Ein großes christlich-jüdisches Erbe, aber mit vielen Veränderungen und auch vielen Herausforderungen. Und die Geschichte der Zweiten Republik zeigt, dass wir uns bemüht haben, eine Gesellschaft zu bauen, die versucht, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Und das soll auch beibehalten werden. Und zu uns kommen Menschen nur freiwillig. Wir sind ein Binnenland innerhalb der EU. Das heißt, also jeder, der zu uns freiwillig kommt, für den muss auch klar sein, dass er die Leitkultur, die Kultur, die hier in diesem Land gelebt wird, akzeptiert. Auch ein Thema im Zusammenhang mit der Migration ist das Thema des Familienzuzugs. Auf einen Migranten kommen ja in etwa drei Familienmitglieder, die danach ziehen. Es sind auch sehr viele Kinder dabei. Zurzeit hat man den Eindruck, die Stadt Wien ist völlig überfordert mit drei bis vierhundert Kindern, die aus Syrien kommen, die es zurzeit keine Schulplätze gibt. Man hat kein Lehrpersonal. Man versucht, Containerschulen aufzustellen. Eigentlich etwas, was man hätte kommen sehen müssen. Ist das ein Problem des Familienzuzugs oder ist das einfach ein Organisationsproblem, dass man sagt, das ist einfach ein Totalversagen, weil man eigentlich seit Jahren hätte wissen müssen, wie viele, vor allem Kinder und Jugendliche hier nach Österreich kommen werden? Also zum einen zeigt es, dass es ganz wichtig ist, das große Themenfeld Außengrenzschutz, Grenzschutz tatsächlich umzusetzen. Wie gesagt, uns ist jetzt gelungen, die Aufgriffszahlen deutlich zu reduzieren. Das hat eben dann auch Auswirkungen in der weiteren Folge auf den Familiennachzug, der gesetzlich vorgeschrieben ist durch die Europäische Menschenrechtskonvention. In dem Umfang, wie er jetzt stattfindet, ist er tatsächlich ein Problem. Daher habe ich den Außenminister und den Innenminister beauftragt, hier Verschärfungsmaßnahmen zu prüfen und auch umzusetzen, die den Familiennachzug deutlich reduzieren. Es muss darum gehen, einerseits genauer zu prüfen, wie sind die Familien tatsächlich zusammengesetzt, bestehen die familiären Beziehungen tatsächlich, die angegeben werden. Wir werden damit auch die DNA-Tests ausweiten müssen, die tatsächlich dann den Nachweis bringen, ja, Familienangehöriger, ja, nein. Und wir müssen genauso viel stärker noch hineingehen in die gesamte Dokumentenkontrolle etc., damit auch nachgeschaut wird, wie glaubhaft denn tatsächlich dieses Thema Familie und Familienzusammenführung ist. Und darüber hinaus haben wir jetzt in unserem EU-Wahlprogramm vorgesehen, weil diese Richtlinie nach wie vor von der EU vorgegeben ist. Derzeit ist es so, dass wir auch auf die Selbsterhaltungsfähigkeit von denen, die nachziehen wollen, drängen müssen, beziehungsweise dass der Nachweis geführt wird, dass sie erhalten werden können. Das ist derzeit sehr großzügig geregelt in der Europäischen Union mit einem sozusagen Beobachtungszeitraum von drei Monaten. Wir wollen den deutlich verkürzen. Es muss sofort nachgewiesen werden, dass das geht. Das heißt, es gibt jetzt eine Folgemaßnahme an Verschärfungen, die wir einerseits vorhaben und andererseits aber auch schon umsetzen können. Und darüber hinaus ist aus meiner Sicht generell notwendig, das System in Österreich zu verändern. Im Österreichplan habe ich das klar beschrieben. Wir müssen in der Lage sein, eben Herr der Lage zu sein. Wir müssen durch die verstärkten Kontrollen, Außengrenzschutz, Binnengrenzschutz, aber auch eben durch Kooperationsabkommen mit anderen Ländern wie Tunesien, Ägypten, so wie es jetzt gelebt wird, Libanon, waren alles Initiativen, auch Österreichs, dass wir schon den Druck von den Außengrenzen reduzieren, damit also der Migrationsdruck generell weniger wird. Und wir müssen danach trachten, dass wir in Zukunft in Österreich Vorsorge treffen, dass erst derjenige, der mindestens fünf Jahre in Österreich lebt, tatsächlich Anspruch hat auf die vollen Sozialleistungen. Wir haben derzeit eine andere Regelung, die ist auch europarechtlich so geregelt derzeit. Wir wollen auch da eine Änderung erreichen. Wir wollen ja Europa besser machen. Auch da muss Europa besser werden. Denn für die europäischen Unionsbürger gilt das schon längst. Also du hast erst nach fünf Jahren vollen Anspruch auf die Sozialleistungen. Das Gleiche wollen wir eben für Angehörige von Drittstaaten. Da sind wir gerade dabei, das umzusetzen. Mir möchte eine Residenzpflicht einführen, vor allem für arbeitslose Asylwerber, dass sie in dem Bundesland bleiben, in dem sie Österreich betreten haben, eben um diesen enormen Zuzug nach Wien zu stoppen. Das ÖVP-geführte Integrationsministerium hat gesagt, nein, das ist einfach unsinnig. Wien soll einfach die Sozialleistungen entsprechend anpassen. Dann stellt sich dieses Problem überhaupt nicht mehr. Dann bleiben die Leute dort, wo sie auch einen Arbeitsplatz finden. Daraufhin haben natürlich die Wiener gesagt, das stimmt so alles nicht. Macht es wirklich Sinn, sozusagen diese Residenzpflicht nicht einzuführen und zu sagen, Wien mehr oder weniger kümmert es euch selber darum, dass ihr das Problem in den Griff bekommt? Ja, aber es soll ja Anreize geben. Eigentlich soll es den Hauptanreiz, den es geben soll, ist, wir wollen die Menschen, die zu uns kommen und bei uns bleiben dürfen, dorthin bringen, wo es tatsächlich auch wertvoll ist im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich dort, wo Arbeitsplätze vorhanden sind und wo gearbeitet werden kann. Und der Punkt ist derzeit, das haben Sie gerade angesprochen, das Problem, wir haben innerhalb der neuen Bundesländer unterschiedliche Regulierungen betreffend der Sozialhilfehöhe. Das von Ihnen angesprochene Bundesland hat eine sehr hohe Sozialhilfe, ist natürlich dadurch auch besonders attraktiv. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass die Bundesländer sich darauf verständigen, insgesamt diese zu reduzieren und es attraktiver zu machen, dass dann in weiterer Folge auch der Weg in den Arbeitsmarkt lukrativer ist. Und das sind jetzt die großen Herausforderungen. Also ich glaube, es braucht eben die Bundesmaßnahmen, von denen ich gesprochen habe, mit der Reduzierung des Familiennachzuges, was bundestechnisch möglich ist. Aber innerhalb Österreich ist es wichtig, dass die Bundesländer einen Weg finden, hier diese Ungleichheiten tatsächlich auszugleichen, um hier auch einen sozusagen Vorteil zu bekommen für dort, wo Arbeitsplätze sind, dass hier die Menschen auch hingehen, wo die Arbeit notwendig ist und nicht ins Sozialsystem einwandern. Auch sehr emotionalisiert hat die Forderung der industriellen Vereinigung nach einer 41-Stunden-Woche. Sie haben das ja dann sofort klargestellt, dass seitens der ÖVP keine 41-Stunden-Woche gefordert wird. Trotzdem ist natürlich das Thema, es gibt einen Fachkräftemangel, es gibt einen Arbeitskräftemangel. Weniger zu arbeiten wird nicht möglich sein. Man wird eher wieder versuchen müssen, mehr zu arbeiten. Was für Maßnahmen sind, gerade bei der hohen Teilzeitquote, die es in Österreich durchgibt, da sinnvoll, um auch wieder mehr Arbeitsstunden sozusagen leisten zu können, um den wirtschaftlichen Wohlstand zu erhalten? Aus meiner Sicht muss es wichtig sein, dass wieder das Thema an sich, Leistung muss sich lohnen. Und wer arbeitet, darf nicht der Dumme sein, sozusagen das Fundament der Politik werden und auch damit der Arbeitsmarktpolitik und der Wirtschaftspolitik. Deswegen habe ich in meinem Österreich-Plan drinnen, dass wir die Überstundenbesteuerung komplett abschaffen. Also jeder, der eine Überstunde leistet, soll tatsächlich auch mehr Geld tatsächlich im Geldbörsel spüren. Jeder, der länger arbeiten will als das gesetzliche Pension-Antrittsalter, soll keinen Nachteil erfahren, wie es jetzt ist, sondern das soll sich lohnen. Und alle die, die Teilzeit arbeiten, sollen durch einen Vollzeitbonus angeregt werden, Vollzeit zu arbeiten, außer man hat Betreuungspflichten, sei es eben, um sich um Kinder zu kümmern oder um Menschen, die zu pflegen sind. Deswegen haben wir auch für die Gruppe etwas vorgesehen, indem wir auch vorschlagen, noch einmal die unterste Einkommensteuertariftufe, die ist derzeit 20 Prozent bei dem ersten Geld, das man verdient, auf 15 Prozent zu senken. Also ich glaube, es braucht einen Maßnahmenmix. Das Entscheidende ist, dass der Wert der Arbeit, die Leistung an sich etwas Positives ist, dass man sich etwas schaffen kann. Deswegen haben wir auch die Wohnbauoffensive jetzt gestartet. Wir haben ja 10.000 geförderte Eigentumswohnungen, 10.000 geförderte Mitwohnungen und 5.000 zu sanierende Wohnungen jetzt finanziell unterstützt bei den gemeinnützigen Wohnbauträgern, damit eben auch dieses Thema leistbare Wohnen an sich, die eigenen für Wände schaffen, realistisch ist zu erreichen. Auch wir haben die Gebühren abgeschafft aufs Erste oder aufs Eigentum an sich. Wir haben den Heimwerker-Bonus jetzt auch eingeführt. Das heißt, wenn du eine Reparatur durchführst, bist du im Wert von 2.000 Euro, bekommst du 20 Prozent ersetzt. Das sind Stimulationen für den Markt, aber zeigen auch, dass wenn ich Geld verdiene, wenn ich leistungsbereit bin, dann kann ich mir auch tatsächlich mehr schaffen. Und das ist wichtig, es braucht eben ein Maßnahmenbündel. Das Wichtige ist, dass wir aber eben die, die fleißig sind, belohnen dafür, indem sie tatsächlich von dem Fleiß, den sie leisten, auch mehr haben. Arbeitsminister Kocher wollte ja eine Reform des Arbeitslosenkollegendes, wollte das deutlich dekrisiv vergestalten, so wie es ja auch in den meisten anderen europäischen Ländern der Fall ist. Das ist ja dann am grünen Koalitionspartner eigentlich gescheitert. Würde sowas Ihrer Meinung nach, wenn es umsetzbar wäre in dem Fall, was das eben nicht ist, machen? Ist weiter eine Forderung der Volkspartei und ist auch im Österreichplan abgebildet. Es ist wichtig, dass wir folgendes Signal senden. Es kann passieren, dass man arbeitslos wird. Und in der Zeit soll die Unterstützung so sein, dass man nicht in ein großes Loch fällt. Und gleichzeitig soll aber die Arbeitslosenunterstützung nur so stark gewährt werden, so dass man sagt, man hat ausreichend Motivation, sich einen neuen Job zu suchen. Wir sind derzeit in einer Situation, wo wir weit über 100.000 offene Stellen haben. Das heißt, wir brauchen Menschen, die bereit sind zu arbeiten in den unterschiedlichsten Bereichen. Das Modell von Martin Kocher ist eines, das aus meiner Sicht dazu hilfreich wäre, in so einer Situation, wo es so viele offene Stellen gibt, wo der Fachkräftemangel ist, den Sie beschrieben haben. Und auf der anderen Seite müssen wir uns klar dazu bekennen, wir sind gegen illegale Migration, wir sind gegen irreguläre Migration, aber wir sind für den geordneten Zuzug in den Arbeitsmarkt, dort, wo staatliche Kontrolle funktioniert, auch der Arbeitsmarkt tatsächlich die Menschen aufnimmt, sie qualifiziert sind, damit das Wirtschaftswachstum in Österreich weitergehen kann, damit der Wohlstand in Österreich weiter wachsen kann. Denn nur wenn es Unternehmen gibt, die investieren, nur wenn es Arbeitnehmer gibt, die arbeiten, können die Sozialleistungen, der solidarische Wohlfahrtsstaat tatsächlich finanziert werden. Das heißt, es braucht auch hier ein gemeinsames Denken und nicht die einen gegen die anderen. Die israelische Kutusgemeinde hat jetzt einen starken Anstieg in antisemitischen Übergriffen gemeldet. Der letzte war ja in Wien, Leopoldstadt. In den USA ist jetzt die Columbia University von pro-palästinensischen Studenten und auch anderen Gruppierungen besetzt worden. Und auch die Wiener Festwochen hatten ein bisschen ein Thema, das jetzt der Redner eingeladen haben, die eigentlich als antisemitisch eingestuft wurden und dafür stark kritisiert wurden. Weil Österreich war ja doch sehr bemüht, gerade in den letzten Jahrzehnten, die jüdische Gemeinschaft zu integrieren und da auch ein lebenswertes Staat für Juden zu sein. Welche Maßnahmen kann man jetzt treffen, damit diese gefühlte Änderung des Klimas wieder reversibel ist und dass das sich sozusagen wieder umkehrt? Zunächst einmal ist es wichtig zu erklären, warum ist es so entscheidend, gegen Antisemitismus zu kämpfen. Antisemitismus ist immer, wenn er wächst, das erste Anzeichen, das beginnt Demokratie sich zu verändern und dass Totalität, also das heißt Diktatur, droht tatsächlich Einzug zu halten. Daher ist Antisemitismus ein Gift für die Demokratie. Und wir haben mehrere Strategien in der Republik jetzt schon umgesetzt. Wir haben als einzige oder als einer der wenigen Länder auf der Welt und in der Union eine echte Strategie im Kampf gegen Antisemitismus. Das beginnt schon in den Bildungseinrichtungen und setzt sich fort dann in einem gesellschaftlichen Dialog. Wir müssen sehr ernst nehmen, dass der Antisemitismus dann auch zunimmt, wenn der Migrationsdruck wächst. Und wir müssen sehen eben, dass der Antisemitismus zunimmt, wenn eine Polarisierung erfolgt, die eigentlich so in der Gesellschaft nicht passieren sollte. Wir erleben gerade einen Krieg im Nahen Osten. Wir haben am 7. Oktober den Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel erlebt. Es wurden dort über 1.200 Jüdinnen und Juden abgeschlachtet, vergewaltigt, geschändet, Kinder ermordet und entführt. Es ist noch immer eine österreichisch-israelische Geissel im Gazastreifen. Es ist auch hier wichtig zu erwähnen, dass aus unserer Sicht die Palästinenserinnen und Palästinenser im Gazastreifen in Wahrheit die Geisseln auch da der Terrororganisation Hamas sind. Sie werden als Schutzschilde verwendet. Sie haben unendlich viel Leid gerade auch zu ertragen. Auch da hilft Österreich direkt, um das Leid zu mindern. Aber entscheidend ist, dass eben in dem Konflikt auch klar die Botschaft gesendet wird. Das Leid im Gazastreifen kann sofort enden, in dem Moment, wo die Hamas kapituliert. Und kaum vertritt man so eine klare Politik, sieht man, dass auch der Antisemitismus steigt. Und das ist falsch. Denn es geht hier darum, dass Sicherheit für Menschen gewährleistet wird, dass es ein Überlebensrecht des Staates Israels gibt, dass auch Österreich dafür sich besonders einsetzt, weil wir eine historische Verantwortung haben, weil vor 80 Jahren Österreicherinnen und Österreicher am Mord an Jüdinnen und Juden genauso verantwortlich waren. Das heißt, wir müssen das sehr ernst nehmen und wir müssen aus der Geschichte lernen, rechtzeitig gegen Antisemitismus aufzutreten. Und das kann jeder was von uns zu tun, wann immer er merkt, dass Rassismus, Antisemitismus gelebt wird, gesprochen wird, argumentiert wird, sich dagegen zu stellen. Denn nichts ist leichter, als gegen Rassismus und Antisemitismus zu argumentieren. Das Schwierige ist vielmehr oft den Mut zu haben, sich auch dann, wenn der Gruppendruck entsteht, tatsächlich dagegen zu halten. Ein Thema, das nicht so aktuell ist, das mich aber sehr interessieren würde, weil ich ja auch zwei Teenager-Töchter habe. In Deutschland ist jetzt Cannabis legalisiert worden und auch in Wien gibt es zum Teil einen sehr, sehr starken Anstieg am sichergestellten Cannabis. In Deutschland sieht man auch, dass der Missbrauch bei Jugendlichen deutlich stärker geworden ist. Ist auch von Ihrer Seite oder von der ÖVP-Seite oder auch von Ihrer persönlichen Seite eine Legalisierung von Cannabis denkbar? Nein, und zwar aus dem Grund, ich habe eine Vergangenheit auch als Innenminister, ich habe gesehen, was Drogen an sich anrichten können, auch die sogenannten leichten Drogen. Sie sind oft Einstiegs-Drogen. Und man sieht auch bei Cannabis, wenn es in jungen Jahren konsumiert wird, also gerade ab der Pubertät, dann, dass es zu verheerenden Folgen führen kann. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man den Cannabiskonsum nicht verharmlosen sollte. Es ist ein Faktum, dass er sehr breit ist. Ich glaube, man muss alles tun, um die Jugendlichen über die Gefahren aufzuklären und auch einen großen Dialogprozess zu starten, damit die Jungen sehen, dass das falsch ist, weil sie auch sich selbst gefährden. Und es würde sich nicht bewähren, sozusagen diese Droge straffrei zu stellen an sich, weil man sieht, dass die Folgen für die Gesellschaft nachteilig sein können. Daher ist es aus diesem Grund schon aus meiner Sicht abzulehnen. Und das Zweite ist, das wird gar nicht diskutiert, während man jetzt in der Europäischen Union sich bemüht hat, das Rauchen immer mehr einzuschränken und zu verbieten, wie man auf der anderen Seite das Rauchen von Cannabis erlauben. Also diesen Widerspruch muss man uns auch erst erklären. Aber zurück zum Superwahljahr 2024. Es sind ja auch Wahlen in den USA, es sind Nationalratswahlen, es sind Europawahlen. Wahlen in den USA, Joe Biden gegen Donald Trump. Wer, glauben Sie, das gewinnt? Das ist eine schwierige Frage. Also die Berichterstattung ist ja dahingehend schon eindeutig. Faktum ist, es wird sich auf jeden Fall für Europa nach dieser Präsidentschaftswahl auch unter Umständen viel ändern. Und es zeigt sich, dass es wichtig ist, die Europäische Union fit zu machen für all die Herausforderungen. Also ich bin ein überzeugter Europäer. Ich glaube, dass die Europäische Union und die Mitgliedschaft Österreichs die beste Entscheidung war, die wir getroffen haben vor bald 30 Jahren. Vor 30 Jahren haben die Beitrittsverhandlungen jetzt exakt geendet demnächst. Und nächstes Jahr feiern wir 30-Jahr-Jubiläum Vollbeitritt zur Europäischen Union. Aber es gibt große Herausforderungen. Wann immer die Union beginnt, zentralistisch zu werden, gibt es große Nachteile für die Mitgliedstaaten. Wann immer die Union sich als das begreift, was sie ist, eine starke Organisation, ein starker Binnenmarkt, die 27 Staaten nach außen vertritt, wenn es um Freihandelsabkommen geht, wenn es um sicherheitspolitische Maßnahmen geht, geht aber genauso auch um Flüchtlingsübereinkommen, Migrationsströme zu verhindern. Da braucht es diese große Einheit im Kampf gegen die großen Wettbewerber, China, USA. Aber dort, wo die Union sich zurücknehmen muss, ist dort, wo die Nationalstaaten auch in ihrer Vielfalt, so wie Österreich mit neuen Bundesländern, die Probleme, die in ihrem Land auftreten, besser und effizienter lösen kann. Warum ich das sage, ist, dass es wichtig in Summe zu denken, denn jede Veränderung in der Politik der Vereinigten Staaten von Amerika hat auch unmittelbar Konsequenzen auf die Europäische Union, sei es in der Sicherheitspolitik oder sei es in der Wirtschaftspolitik, auch für Österreich. Deutschland ist uns ein wichtiger Exporthandelspartner, auch nach Deutschland, das wissen die wenigsten, und kommen gleich die Vereinigten Staaten von Amerika. Also auch für uns wird es sehr interessant werden, wie die Präsidentschaftswahlen auch als Wirtschaftsstandort ausgehen. Ja, am 9. Juni sind ja die Europawahlen. Gibt es ein Ziel, ein Wahlziel, das Sie verfolgen, oder sozusagen einen Prozentsatz, den Sie vor sich sehen, oder den Sie gerne hätten? Also als Politiker muss man sich immer hüten, Prozentsätze zu nennen. Aber das, was natürlich unser Ziel ist, ist unsere Europaüberzeugung auch so in den Wahlkampf zu tragen und dafür den Auftrag zu erhalten, auch europapolitisch aktiv zu sein. Reinhard Lobatke ist unser Spitzenkandidat. Er ist ein mehr als erfahrener Außenpolitiker, hat viel erlebt, hat Europa erlebt, gerade auch schon im Zusammenhang mit dem Niedergang des eisernen Vorhanges, war in den Reformstaaten, in den Ostblockstaaten, die begonnen haben, sich nach Europa zu orientieren. Er ist ein begeisterter Politiker für die Europäische Union, aber eben auch einer, der Europa besser machen will. Und deswegen ringen wir darum, dass die Wählerinnen und Wähler am 9. Juni, bitte zur Wahl gehen, möglichst auch da Reinhard Lobatke die Volkspartei stärken, weil es darum geht, eben Europa besser zu machen. Und vor allem aber eins, Europa besser zu machen und nicht zu zerstören. Denn das Friedensprojekt Europa, mittlerweile bald 80 Jahre, das so funktioniert hat, wie es jetzt funktioniert, ist eine Sensation. Es hat das in der Geschichte Europas schon lange nicht gegeben, so eine lange Friedenszeit zwischen den Europäischen Union und Mitgliedstaaten. Man sieht, was passiert, wenn andere Staaten diese Regeln brechen, wenn das Unheil hereinbricht, wenn Krieg wiedergeführt wird, dass wir alles dafür tun sollten und müssen, dass die Europäische Union weiter besteht, erfolgreich ist, aber eben besser wird dort, wo sie jetzt Schwächen zeigt. Und Reinhard Lobatke und sein Team, die Volkspartei, setzen sich dafür ein. Sie haben ja schon wieder rot einmal ausgeschlossen, nach den Nationalratswahlen eine Koalition mit Herbert Kickl eingehen zu wollen. Also Sie haben das relativ kategorisch ausgeschlossen. Und auf der anderen Seite haben Sie mit Ihrem Plan für Österreich doch einige Punkte präsentiert, wo man den Eindruck hatte, das wäre definitiv am einfachsten mit der FPÖ umzusetzen. Jetzt haben Sie ja viele doch ein bisschen einen Widerspruch gesehen. Auf der einen Seite eine strengere Migrationspolitik, wie Sie auch vorher ausgeführt haben, und auf der anderen Seite diesen Ausschluss Herbert Kickls als möglichen Koalitionspartner, weil mit einer SPÖ vor allem unter Andreas Babler wird das wahrscheinlich zum Teil nicht durchsetzbar sein. Wie sehen Sie denn diesen Widerspruch? Naja, ein Stück weit für mich mehr aufgelöst als jetzt in der Frage sichtbar, denn ich bin mit den vernünftigen FPÖlern, die es in der FPÖ nach wie vor gibt, nach wie vor in Kontakt. Herbert Kickl hat das Problem, dass er sich einfach radikalisiert hat, ein Verschwörungstheoretiker auch geworden ist, in dem wie er agiert und auftritt. Man muss nur seine Pressekonferenzen anschauen, die er in den letzten Tagen gegeben hat, wo er ständig von Weltverschwörung spricht und von Weltregierungen, die gebildet werden, und wo er Horrorszenarien zeichnet, die eigentlich immer eines zum Ziel haben, dass die Gesellschaft gespalten wird. Und so kann man keinen Staat bauen, gerade nicht in schwierigen Zeiten. Gerade in herausfordernden Zeiten ist es wichtig, dass man bei allen Herausforderungen, die es gibt, die Konsensbereitschaft, auch die Bereitschaft zum Diskurs, also zur Diskussion nicht verliert und nicht die Welt in Gut und Böse einteilt und dort die einen, da die anderen, sondern eben tatsächlich dann bereit ist, auch Kompromisse einzugehen, um Lösungen zu finden. Das gibt es bei ihm derzeit nicht. Wie gesagt, man kann es mir vorwerfen, das sei meine subjektive Wahrnehmung. Ich empfehle jedem, seine letzten Presseauftritte und auch Reden anzusehen, wie er hier mit der Opposition, mit den anderen politischen Mitbewerbern umgeht, wenn er von Treten und Fahndungslisten spricht. Das war der Grund, warum ich das so klar gesagt habe, weil es ist natürlich Entscheidung der FPÖ, wenn sie an der Spitze hat, aber es ist auch mir wichtig, dass die Österreicherinnen und Österreicher wissen, es geht nicht darum, um jeden Preis eine Koalition zu bilden, um an der Macht zu sein, mit jemandem, der nicht bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, sondern lieber auf den Berg zu steigen. Und das ist das, was Herbert Kickl eben derzeit gerade zeigt. Deswegen meine klare Positionierung dazu. Und wir werden sehen, ich ringe um den Auftrag der Wählerinnen und Wähler, dann bis am 29. September, wenn es darum geht, die Richtung Österreichs zu entscheiden. Und nach dem Wahlergebnis kann man dann sehen, welche Mehrheiten zur Verfügung stehen. Aber Herbert Kickl habe ich deshalb so klar ausgeschlossen, weil ich finde, die Menschen verdienen auch Klarheit. Ich will da überhaupt keine Nebeltöpfe zünden. Und wenn die Gefährlichkeit eines Menschen, nehme ich in der Frage, wie will er den Staat gestalten, welche Vorstellungen hat er von der Gesellschaft, wo trennt er Menschen statt zusammenzuführen, wo hat er nur sein eigenes Interesse im Sinn und nicht das des großen Ganzen, dann ist das wichtig. Also ein Beispiel, Zäune um Österreich zu bauen oder eine Mauer zu ziehen, würde bedeuten, Österreich wirtschaftlich total zu ronieren. Warum? Wir sind ein Tourismusland auf der einen Seite und auf der anderen Seite hängt jeder zweite Arbeitsplatz in Österreich am Export ab. Würde man Österreich abschotten wollen, heißt das, man tötet die Wirtschaft in Österreich und damit den Wohlstand. Und wie gesagt, der Umgang mit dem politischen Gegner habe ich schon beschrieben, Verhandlungslisten, man muss auf die Gegner treten, all das, was er in seiner Rhetorik jetzt alles so sagt und tut. Aber vor allem diese Verschwörungstheorien, die er ständig vor sich her trägt, die zeigen einfach, das ist kein widerstandsfähiger Verhandlungspartner, der auch bereit ist, harte Zeiten durchzustehen und eben nicht auf den Berg zu gehen, sondern Verantwortung zu übernehmen und zu arbeiten. Und das ist das, finde ich, was man sieht. Ich habe es gerade definiert. Wie gesagt, es gibt viele Möglichkeiten, es gibt auch für die FPÖ Alternativszenarien, aber das ist nicht meine Angelegenheit. Eine sehr klare Aussage, Herr Bundeskanzler, vielen Dank für das Interview.